Hallo bei Learning Level Up. Unser Thema ist die Wirkungsweise von PCSK9-Hämmern als Cholesterinsenker. Der größte Teil des LDL-Cholesterins wird in den Leberzellen verstoffwechselt. So wird das LDL-Cholesterin durch Rezeptoren, die auf den Leberzellen sitzen, aus dem Blut eingefangen, verdaut und wieder freigesetzt. Die Zelle speichert das Cholesterin für die eigene Nutzung. Die LDL-Rezeptoren kehren entweder an die Oberfläche der Zelle zurück oder werden abgebaut, wenn sich das Enzym PCSK9 an sie haftet. Dann stehen weniger LDL-Rezeptoren an der Oberfläche zur Verfügung. Weniger LDL-Cholesterin kann gebunden werden und in Folge steigt der LDL-Cholesterinwert. Menschen mit einem extrem erhöhten Cholesterinspiegel kann man mit den verfügbaren Medikamenten nur schwer helfen. Ein Ansatz zur Reduzierung des LDL-Cholesterins ist die Gabe von Antikörpern, sogenannten PCSK9-Hemmstoffen. Dadurch, dass PCSK9 durch die Antikörper gefangen wird, können die LDL-Rezeptoren wiederverwertet werden, wodurch mehr LDL-Cholesterin aus dem Blut entnommen werden kann. Die LDL-Rezeptoren kehren also wieder an die Oberfläche der Zelle und erfüllen ihre cholesterin-bindende Funktion. Die Therapie erfolgt, indem die Patienten sich alle 14 Tage mit einem Injektionspen die Antikörper zur Cholesterinsenkung unter die Haut spritzen. Diese Antikörpermedikamente sind seit 2015 zugelassen. Die Zahl der bisher behandelten Patienten und die Dauer der Behandlung sind noch nicht ausreichend, um mögliche schwere Nebenwirkungen zu erkennen. Das Wichtigste noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. PCSK9-Hemmer sind Arzneistoffe, die in der Therapie bei erhöhten Cholesterinwerten eingesetzt werden, wenn andere Therapien nicht ausreichen. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!